Hallo, heute spielen wir Mau Mau. Gespielt wird mit normalen Schafkopfkarten und das Deck enthält vier verschiedene Farben bzw. Symbole. Es gibt Sonderkarten. Einer davon sind die Unter. Bei denen darf man sich eine beliebige Farbe auswählen, die der nachfolgende Spieler spielen muss. Die Acht. Bei der Acht muss der nachfolgende Spieler aussetzen. Auch wenn er selbst eine Acht hat, darf er nicht spielen, sondern muss aussetzen in dieser Runde. Die 7. Bei der 7 muss der nachfolgende Spieler zwei Karten nehmen. Er kann, wenn er einen 7er hat, auch einen auflegen. Somit muss dann der nachfolgende Spieler vier Karten nehmen. Die Ass. Bei der Ass darf man nochmals eine Karte mit derselben Farbe auflegen. Hat man mehrere Asse, dann kann man auch mehrere Asse hintereinander auflegen und dann die letzte Farbe, die im Deck ist mit auflegen. Spielvorbereitung. Jeder Spieler bekommt fünf Karten ausgeteilt. Eine Karte wird in der Mitte abgedeckt vom Stapel, damit man weiß, mit welcher Farbe begonnen wird. Liegt hier ein 7er, muss der nächste nach dem Gebener natürlich gleich zwei Karten ziehen. Liegt eine 8, dann geht es mit dem Aussetzen. Bei dem Unter ist es mit dem Wünschen. Wir spielen eine 10. Der nächste Spieler ebenfalls eine 10, allerdings in einer anderen Farbe. Jetzt wird ein 7er gespielt. Daraufhin sollte der nachfolgende Spieler zwei nehmen. Er kontert ebenfalls mit einem 7er, was zur Folge hat, dass jetzt der nachfolgende Spieler von ihm vier Karten nehmen muss. Dieser hat eine 7 gezogen, kann diese natürlich gleich spielen, aber der nachfolgende Spieler muss nur zwei Karten nehmen, weil er die Runde unterbrochen war. So, wir beginnen mit einer Ass, legen noch eine Ass auf und jetzt spielen wir diese 7 aus. Bedeutet, der nachfolgende Spieler muss nur zwei Karten nehmen. Heute fallen die 7er wieder unglaublich oft. Nachdem er die zwei Karten gezogen hat, darf er spielen und hier natürlich die 7. Jeder soll in den Genuss kommen und auch hier müssen zwei Karten genommen werden. Die Farbe wird weitergeführt und jetzt sehen wir, wie der erste Achter gespielt wird. Bedeutet, der nächste Spieler muss aussetzen und die Runde beginnt beim übernächsten Spieler. Dieser legt die Ass hin und den König. Shell hat der nächste Spieler nicht, deswegen wünscht er sich mit dem Unter eine Farbe. Ein Unter kann immer hingelegt werden, egal welche Farbe der Unter hat. Herz ist angesagt. Eichel läuft jetzt wieder mit einem Aussetzer, also mit einer 8. Übernächster Spieler ist dran. Dieser Spieler hat keine passende Karte, also muss eine ziehen. Wenn er nicht kann, kommt der nächste Spieler dran. Hat man nur noch eine Karte, muss man das signalisieren, indem man Mau sagt. Damit alle wissen, jetzt hat jemand nur noch eine Karte. So geht das Spiel reihum. Wir sehen jetzt hier, kann der Unter hingelegt werden und man darf sich für den nächsten Spieler eine Farbe wünschen, die gelegt werden soll. Ob das Spiel zu Ende ist, entscheidet ihr, oder ob dann die restlichen drei verbliebenen Spielern das Spiel weiterspielen, bis es einen zweiten Sieger und einen dritten Sieger gibt. Jetzt spielen wir in Echtzeit. Bedeutet ein echtes Spiel mit normalen Karten. Nur, ihr seht die Karten aufgedeckt. Natürlich, die gegenüber spielen den Kontrahenten nicht. Das Spiel ist vorbei und wir wünschen euch viel Spaß beim Selberspielen. Das Spiel ist vorbei und wir wünschen euch viel Spaß beim Selberspielen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Selberspielen.